Im heutigen Tutorial würde ich gerne mit euch über das Thema Steuern sprechen. Ich weiß, Steuern ist grundsätzlich ein Thema, das die wenigsten von euch mögen und leider ist es auch ein Thema, das ich überhaupt nicht mag. Bloß ist es natürlich wichtig, Leute über das Thema Steuern aufzuklären. Ich glaube ganz ehrlich, dass gerade in der Nische Online-Kurse und digitale Infoprodukte sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr große Fehler derzeit begehen. Übrigens, wenn du mehr Videos zum Thema Steuern sehen möchtest, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link zu meinem Kanal Business Hero Deutschland. Dort habe ich schon haufenweise Videos zum Thema Steuern veröffentlicht. Ich veröffentliche derzeit dort ein Video pro Tag zu allen möglichen steuerlichen BWL-Themen und so weiter und so fort. Also schaut da gerne mal vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Ein Link befindet sich in der Videobeschreibung. Worum genau soll es aber heute gehen? Heute soll es mal um das Thema digitale Steuern gehen. Nochmals, ich bin natürlich kein Steuerberater, deswegen das, was ich euch hier sage, könnte theoretisch inkorrekt sein, beziehungsweise es könnte nicht mehr aktuell sein. Deswegen bitte, bitte, bitte verlasst euch nicht auf mich und sprecht auf jeden Fall nochmal mit einem Steuerberater. Aber gut, es soll heute um, wie gesagt, digitale Steuern gehen, weltweite Steuern. Nehmen wir mal zum Beispiel an, du bietest deine Kurse online an. Du verkaufst deine Kurse online und du hast nicht unbedingt eingestellt, wo deine Kurse verkauft werden, sondern du hast vielleicht eine Plattform geschaffen oder hast ein Produkt über ClickFunnels gehostet oder hast ein Produkt über andere Plattformen gehostet und dieses Produkt wird nun weltweit verkauft. Nehmen wir mal zum Beispiel an, du sitzt wie gesagt in Deutschland und du verkaufst dein Produkt innerhalb der Europäischen Union. Da gibt es ein paar Kunden aus den USA, da gibt es ein paar Kunden vielleicht aus Südamerika, aus Brasilien, möglicherweise hast du ein paar Kunden aus Südafrika und vielleicht auch nochmal die typischen 10 Inder, die irgendwie immer dabei sind. Ich bin zum Teil Inder, deswegen, wie gesagt, ich kann mir die Sprüche erlauben. Aber wie auch immer. Heißt, du hast vielleicht Kunden aus der ganzen Welt und was genau ist denn nun das Problem? Das Problem ist die Umsatzsteuer in den jeweiligen Ländern. Nämlich bei digitalen Produkten ist es natürlich auch so, dass diese wie zum Beispiel physische Produkte mit einer Umsatzsteuer behaftet sind. Und was das für Steuern sind, sind sogenannte Digital Taxes. Und viele, viele Länder auf der Welt haben noch keine Digital Taxes. Zum Beispiel Länder wie Argentinien und Paraguay sind gerade dabei, solche Gesetze voranzubringen. Es gibt auch viele Länder in Asien, die solche Steuern noch nicht haben. Es gibt aber einige Länder, wie gesagt, die sie schon haben und es gibt auch erstaunlich viele Länder, die auch wirklich schon diese digitalen Steuern umsetzen. Man darf nicht vergessen, der ganze Bereich E-Commerce ist wirklich für uns, um mal Merkel oder grundsätzlich ja das Internet, um mal Merkel hier zu zitieren, ist im gewissen Sinne Neuland. Also die Struktur dahinter, beziehungsweise die Rechtsorgane wissen noch nicht genau, wie man mit vielen Dingen umzugehen hat. Auch viele Gesetze sind international absolut verrückt und an den Haaren herbeigezogen. Bloß, wie gesagt, die Gesetze, die es gibt, an die müssen wir uns halten. Nämlich nehmen wir zum Beispiel mal an, du verkaufst nun deine Produkte international. Das heißt, du verkaufst deine Produkte nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in der Europäischen Union. Auf welche Dinge muss man innerhalb der Europäischen Union achten? Eigentlich nur eine Sache. In der Europäischen Union gibt es etwas, das nennt sich EUVAT. Das heißt Value Added Tax, praktisch auch zu übersetzen mit Umsatzsteuer. Und die Länder in der Europäischen Union haben unterschiedliche Beträge für die Umsatzsteuer, unterschiedliche Prozentzahlen. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass du halt bei den meisten Produkten halt 19-prozentige Umsatzsteuer hast. Bei einigen Produkten ist es so, dass du eine 7-prozentige Umsatzsteuer hast und einige sind Umsatzsteuer befreit. In anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, kann die höher sein. Ich glaube, in Frankreich liegt sie bei 20 Prozent, können mich hier aber auch irren. In Italien, weiß ich nicht genau, wie gesagt, liegt sie auch wieder irgendwo in dem Dreh. Aber es gibt halt unterschiedliche Steuersätze. Und wenn du jetzt innerhalb von Europa verkaufst, also innerhalb der Europäischen Union, Europa, Europäische Union, da wie gesagt differenzieren. Wenn du innerhalb der Europäischen Union verkaufst, dann wie gesagt, musst du natürlich auch in diesen Ländern dann die Umsatzsteuer abführen. Bloß, das ist natürlich ganz schön kompliziert, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal 200 Euro in Italien machst, oder 300 Euro in Österreich, 500 in Polen, 400 in Frankreich und vielleicht 5000 in Deutschland. Das ist ja dann eigentlich eine ziemlich komplizierte Sache, sich immer in diesen Ländern umsatzsteuerlich anmelden zu lassen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ja, es ist tatsächlich relativ kompliziert, aber du kannst halt an der ganzen Sache sich so ein bisschen, kannst es ein bisschen smarter gestalten. Nämlich zum einen gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dich beim sogenannten Mini-One-Stop-Shop-Verfahren anzumelden. Das heißt tatsächlich so, das ist der offizielle Name von der ganzen Sache. Und was das praktisch ist, ist es einfach eine Option für dich, eine Möglichkeit für dich, beim, ich glaube, Bundeszentralamt müsste es heißen, dich anzumelden. Und du meldest dich, wie gesagt, dann für dieses sogenannte MOS-Verfahren an, für das Mini-One-Stop-Shop-Verfahren. Und einmal im Jahr erstellst du dann halt praktisch eine Erklärung, wo du halt ganz genau angibst, wie viel Geld du in welchem Land verdient hast. Und dann überweist du halt die Umsatzsteuer an diese zentrale Stelle. Und diese zentrale Stelle überweist praktisches Geld in die ganzen Länder. Das heißt, du gibst dann zum Beispiel an, ich habe 500 in Frankreich gemacht, ich habe 300 in Italien gemacht, ich habe 200 in Österreich gemacht und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, wird die Umsatzsteuer hier berechnet, zum Beispiel 19%, 20%, was auch immer. Und sobald das, wie gesagt, geschehen ist, wird praktisch das Geld an die jeweiligen Staaten übermittelt. Und du musst halt nicht dich in diesen ganzen Staaten umsatzsteuerlich anmelden. Es gibt auch, wie gesagt, eine kleine Ausnahme. Und diese Ausnahme ist, wenn du unter 10.000 Euro im Jahr innerhalb der Europäischen Union verkaufst. Das heißt, wenn du jetzt unter 10.000 Euro im Jahr tatsächlich in der Europäischen Union verkaufst, dann musst du dich nicht beim Mini-One-Stop-Shop-Verfahren anmelden. Und du führst halt auf deinen Rechnungen die jeweilige Umsatzsteuer aus deinem Land auf. Das heißt zum Beispiel, in Deutschland wäre das 19% und da müsstest du dann nicht den Umsatzsteuersatz aus dem Ausland praktisch drauf tun. Und das ist, wie gesagt, die kleine Ausnahme. Was ist aber nun, wenn du international verkaufst? Dann, wie gesagt, gelten natürlich sehr, sehr viele andere Regeln. Es gibt viele Plattformen, die für dich zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union übrigens die Steuer abführen. Zum Beispiel eine Software, die ich persönlich benutze, ist Teachable. Zum Beispiel Teachable macht folgendes. Teachable führt innerhalb von Europa für dich die Umsatzsteuer ab. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs über Teachable verkaufst und sagen wir mal, der Verkaufspreis liegt bei 100 Euro und dein Kunde kommt aus Deutschland, dann würde natürlich der Kurs 119 Euro kosten, da die Umsatzsteuer in Deutschland 19% bei diesen Produkten in den meisten Fällen beträgt. Und diese 19%, die 19 Euro, würde also nun Teachable einbehalten. Diese 19 Euro würden niemals in deinem Account landen und Teachable führt dann für dich dieses Geld an die jeweiligen Stellen ab. Und das, wie gesagt, ist das Schöne an solchen Softwares. Natürlich, wenn du jetzt noch anderswo verkaufst, dann lass dich dort auf jeden Fall anmelden. Das kann, wie gesagt, ein bisschen was kosten. Es kann auch manchmal 1, 2, 3, 4, 5.000 Euro kosten. Bloß wenn du halt zum Beispiel in einem bestimmten Land sehr, sehr viel verkaufst, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich auch nochmal in diesem Land umsatzsteuerlich anzumelden. Obwohl, wie gesagt, zum Beispiel halt Teachable für dich in der Europäischen Union das Ganze abführt. Aber nehmen wir zum Beispiel an, du verkaufst jetzt noch in die USA sehr viel oder du verkaufst nach Kanada oder du verkaufst nach Russland oder wo auch immer hin, dann, wie gesagt, solltest du dich dort anmelden lassen, falls nicht dort eine bestimmte Richtlinie besteht, die praktisch besagt, dass du dich erst ab einer bestimmten Summe anmelden musst. Diese Richtlinien schauen wir uns gleich nochmal an. Da habe ich eine super, super gute Zusammenstellung für dich gefunden. Aber um das Ganze mal zu vergleichen, es gibt zum Beispiel auch die Software Thinkific. Und ohne, dass ich jetzt schlecht über Thinkific rede, ich finde Thinkific ist absolut toll und ist sehr, 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 eine sehr, sehr gute Software. Bloß das Problem bei Thinkific ist, dass sie zum Beispiel nicht für dich die Umsatzsteuer innerhalb der Europäischen Union abführen. Was natürlich dann wieder dafür sorgt, dass du dich beim MOS-Verfahren anmelden musst, solange du jetzt nicht über 10.000 Euro im Jahr verkaufst. Das kann, wie gesagt, einfach ein bisschen, also sich beim MOS-Verfahren anzumelden kostet ein bisschen was. Das ist jetzt nicht horrend große Summen, die du da ausgibst. Wir sprechen hier wahrscheinlich über ein paar 1.000 Euro. Es kommt einfach darauf an, auch wie teuer das für dich, oder sagen wir mal, wie teuer dein Steuerberater ist. Bloß wenn du dich jetzt zum Beispiel bei diesem MOS-Verfahren anmeldest, dann ist das eigentlich unnötig, wenn für dich normalerweise die Plattform das Ganze abführen würde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem einzigen Land außerhalb der Europäischen Union verkaufe, dann schaue ich mir erst an, gibt es da irgendwelche Regelungen, ist es so, dass ich möglicherweise unter zum Beispiel einer Grenze bleibe. Zum Beispiel in den USA gibt es eine Grenze, in vielen, vielen anderen Ländern der Welt, gibt es eine Grenze für digitale Produkte. Und wenn man, wie gesagt, da drunter bleibt, dann muss man sich um nichts Sorgen machen. Aber halt eine Software zu wählen, die dann innerhalb der Europäischen Union nicht das Geld abführt, das finde ich um echt sein ein bisschen unsinnig. Und genau deswegen habe ich mich damals für Teachable entschieden und nicht für Thinkific. Übrigens, wenn du dir Online-Akademie mit Teachable erstellen möchtest, dann würde ich dir auf jeden Fall auch noch mal raten, eine Sache wirklich dir anzuschauen. Das nennt sich nämlich Backoffice. Du musst unbedingt Backoffice aktivieren, nämlich, wie gesagt, Backoffice heißt das, das ist normalerweise, wenn du eine Akademie erstellst, soweit ich weiß, sofort aktiviert. Und Backoffice praktisch findest du halt einfach in deiner Einstellung, in deiner Akademie und das muss halt aktiviert werden. Dann führt, wie gesagt, für dich Teachable diese Umsatzsteuer ab aus den jeweiligen Ländern. Das heißt, du kannst Kunden haben aus Österreich, aus Deutschland, aus Großbritannien bisher noch oder zum Beispiel halt Länder wie Frankreich und so weiter und so fort. Dann natürlich noch mal eine Sache, nämlich, das ist eine Zusammenstellung von Quaderno. Übrigens, da kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Nämlich, ihr kennt ja viele, viele Leute, die sicherlich Online-Online-Kurse verkaufen und die meisten von denen werden wahrscheinlich nicht wissen, dass sie möglicherweise in anderen Ländern steuerpflichtig sind, weil sie halt dorthin Produkte verkauft haben. Natürlich gibt es da immer einige Ausnahmen und ich kenne mich, wie gesagt, auch mit so ein paar Hacks aus. Bloß, ich persönlich versuche immer zu schauen, wo das Limit liegt. Das heißt, bis wohin darf ich in diesem Land verkaufen? Ab wann werde ich dort umsatzsteuerpflichtig? Und Quaderno, wie gesagt, hat eine super Übersicht gemacht und was wir hier praktisch sehen, ist immer das Maximum, oder sagen wir mal so, man sieht halt hier diese Digital Tax Loss und man kann dann halt sich anschauen, wie viel Geld man in diesem Land maximal verdienen darf, um nicht steuerpflichtig dort zu werden oder umsatzsteuerpflichtig dort zu werden. Nehmen wir mal zum Beispiel die Vereinigten Staaten als Beispiel. Und da sehen wir bereits, dass hier Retailers with annual sales exceeding 100.000 or with more than 200 separate transactions in the state must register, collect and pay. Also wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel, obwohl es ja hier auch einige State Taxes gibt und nicht nur Federal Tax, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn du jetzt nicht mehr als 100.000 Euro in den USA verkaufst, dass du dann halt nicht dort steuerpflichtig wirst. Heißt, wenn du drunter bleibst, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht umsatzsteuerpflichtig in den USA werden. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal Russland. Das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Hier sehen wir, the VAT Rate ist 20%. Genau, es gibt kein Reverse Charge Mechanismus. Und genau, VAT will be monthly. Zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Kunden, glaube ich, aus Russland gehabt. Aber ich glaube, hier zum Beispiel gibt es auch keinen Threshold, was einfach nur bedeutet, dass praktisch man sofort, auch wenn man nur 10 Euro dahin verkauft, theoretisch umsatzsteuerpflichtig ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass du bei 10 Euro tatsächlich dich dort steuerlich anmelden müsstest. Das ist Quatsch. Auch wie gesagt, bitte noch mit deinem Steuerberater sprechen, aber der gesunde Menschenverstand sagt ja einfach, für 10 Euro sollte man sowas nicht machen. Aber bei vielen anderen Ländern ist es halt wie gesagt so, dass es immer so praktisch Maximums gibt. Zum Beispiel hier, if a foreign entity does not register for VAT, the final for a legal entity is up to 2 Millionen Dinars. Und fine for an Indie, achso, das sind fines, mal schauen. Genau, hier muss man mal schauen halt, für wie viel Geld, oder wie viel, wie sagt man, wie viel Geld man maximal in diesem Land verdienen darf. Und das wird halt immer hier irgendwo stehen. Zum Beispiel, hier glaube ich, haben wir auch wieder was. Eine Million müsste es wahrscheinlich hier sein. Und bei vielen anderen Ländern kann man halt auch schauen, ob es da halt eine Möglichkeit gibt. Zum Beispiel hier auch wieder bei der Schweiz. Man muss mindestens 100.000 Schweizer Franken im Jahr verdienen. Ich denke, da werden viele von euch vielleicht auch nicht gerade sein. Und dementsprechend muss man dann zum Beispiel auch nicht in der Schweiz die Umsatzsteuer abführen. Und so weiter und so fort. Heißt also, hier übrigens auch noch mal ein Beispiel von Taiwan. Hier sehen wir es wieder, the VAT Registration Threshold. Man sucht immer nach diesem Threshold. Threshold will be und dann halt 480.000 Taiwan Dollar. Heißt, wenn du darunter verdienst in Taiwan, musst du halt dort nicht dich umsatzsteuerlich anmelden. Wenn du drüber bist, dann musst du dich halt umsatzsteuerlich anmelden. Ich habe euch noch mal diesen Link hier in die Videobeschreibung reingetan, dass ihr das Ganze auch noch mal nachlesen könnt. Ich denke, das ist halt wirklich eine wichtige, wichtige Geschichte, mit der man sich einfach mal auseinandersetzen sollte. Gerade wenn du digitale Produkte verdienst, ist sowas wichtig. Ich glaube grundsätzlich, dass da sehr viele Leute nicht drüber Bescheid wissen und ja, dass da viele Leute so ein bisschen in der Grauzone sind. Aber wie auch immer, wenn du mehr Videos zum Thema Steuern haben möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich auch noch mal ein Link zu meinem Kanal Business Hero Deutschland. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal auch noch mal abonnieren könntest. Dort gibt es viele Videos zu BWL-Themen, Steuerthemen und grundsätzlich auch den Themen natürlich Geld verdienen und so weiter und so fort. Bloß, dass diese Themen hier definitiv doch theoretische sind, auf dem Kanal. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.